The Voice Kids 2021. Das große Finale. Jetzt. Hier ist Mark Forster und Team Alvaro. Hallöchen! La, 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 la. Ich war in den Hills von L.A. zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war am Hafen Marseilles, hast den Fisch dort direkt aus der See. Ich war am Herzen Ugandas, bin aus die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Wicklow bei Dab. Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, Mann, seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalb, tausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voller Abenteuer, wird uns wie es geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, geht's halt einmal für mich. Hier ist Team Michi und Smudo. Immer da, wenn alle Stücke reißen, einfach so, wir müssen nix beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park ist morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nix hält für immer, doch hey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn, wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass da hin, wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten, für immer wohlste Zeiten. Ich weiß, für uns wird's so bleiben. Hier ist Team Stefanie. Und wenn ich falle, wirst du mich heben. Ich hab mir verboten, zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Arm, den du gerade liebst. An deiner Seite will ich bleiben, jedes Feuer und alle Zweifel. Teilen Träumen, teil den Sorgen, heute Morgen und übermorgen. An deiner Seite will ich sein, seine Fehler verzeihen. Teilen Träumen, teil den Sorgen, heute Morgen und übermorgen. Hier ist Team Vincent. Ich lass Konfetti für dich schliegen. Ich schütt dich damit zu. Nah muss ein Wurzeln. Der beste Mensch bist du. Ich gull den roten Teppich aus. Durch die Stadt, bis vor dein Haar. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singt für dich. Und die Chöre singt für dich. Und die Chöre singt für dich. Oh, 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 oh So Leute, und damit sind wir schon mittendrin in unserem Frühlings-Feel-Good-Finale. Und das waren sie gerade schon, unsere Finalistinnen und Finalisten 2021. Ja, und mittendrin eine The Voice-Legende. Er ist zurück, Mark Forster. Ja, hattest du Sehnsucht, wa? Ja, ich musste wiederkommen. Und wie fühlt sich das an, jetzt ohne Stuhl? Ohne Stuhl fühlt es sich oft ganz gut an. Was sagst du zu unserem Jahrgang? Ja, also wirklich, also 1 plus mit Sternchen aus Basis. Sehr schön, Mark. Dich sehen wir nachher gleich nochmal. Und euch natürlich auch alle. Habt ihr Bock auf das Finale 2021? Hab ich mir fast gedacht, dann Abflug. Zwölf Talente, eine Siegerin oder ein Sieger und Sie zu Hause, Sie entscheiden. Das ist das Finale von The Voice Kids.